Musik 10.000 Einsatzkräfte waren in Bayern und Baden-Württemberg im Einsatz. Ganz unzählige spontane Helferinnen und Helfer kommen dazu, Nachbarn, die beim Auspumpen des Kellers helfen, die mit der Schaufel rüberkommen, um die Schlammassen wegzumachen. Freunde und Kollegen, die einem Bett anbieten, die mit Essen und Trocken und Kindersachen helfen. Allen, die ihre Hand reichen, die trotz Erschöpfung weitermachen und andere bestützen, will ich heute sagen, ganz herzlich. Allen, die Schlammassen wegzumachen. 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 Es geht weiter mit der kreativität und kreativität. Es geht weiter mit modernen, technologischen und technologischen Kriminalität. Es geht weiter mit der kreativität und kreativität. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.